So, schön duster hier, Freunde. Stange? So, na komm, lass. Oh, okay, jetzt fehlt ne Batterie anscheinend. Nee, doch nicht. Die Tür ist offen. Unheimlich. Oho, Fräulein, zuhören wir nicht. Okay. Die Shadma? Die Shadma? Die Shadma? Okay, also von der Stilistik her fallen die mir wirklich sehr stylisch gemacht. Wer bist du, Alter? Die Shadma? 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 euer Zimmer auf! Dann räumt er euer Zimmer auf! Oh, hat er noch gekriegt! Jetzt halt's aber! Alter! Alter! Wo ist er? Wo kommt wer? So, schauen wir mal auf euch alle! Hm, so, das krieg's mir! Okay, hier haben wir Ripper klingen! Okay, also das Game will auf jeden Fall, dass ich jetzt ein bisschen mit dem Impulsivier Spaß habe! 350 Schuss! Let's do it! Ist natürlich so, bei 50 Schuss nachladen ist der Spaß nur so bedingt vorhanden! Aber, er ist da! Ihr werdet gleich sehen, das geht schon gut ab! So, was haben wir denn hier noch? Finden wir hier noch was schönes? Ist das da was? Okay, gehen wir mal eine Etage nach oben! Ok? 2 1 Ok! Reload, Bitches! Gleich bei der Wey, ich liebe das Impulsierge. Das ist geil. So. Kommt da noch wer? Oh doch, ja man hört ihn. Wo ist er? Wo denn? Ah, hinter mir! Ah, fragt man nicht. Nein! Geh mal weg. So. Vorne ist nichts mehr. Ohohohohohohoho. Ohohohohohoho. Mann, Mann, Mann. Das ist schon mal ein geiles Game. Ich kann mich auch eigentlich gar nicht vorstellen, warum wirklich... Alter, ich bin so taub. Das war grad so richtig fucking laut auf den Kopf hier ran. Und ich hab kein Wort verstanden. Kein Wort verstanden. Habt ihr das verstanden? Hau es mal in den Kommentaren. Ich? Nichts. Niente. Null. So, dann fahren wir mal hoch. Zu seiner Obrigkeit. In der Zwischenzeit pfeifen wir uns mal nochmal ein kleines iPad rein hier. Und... Ah, ist voll. Ja, ein bisschen mehr Kapazität für das Ding. War geil. Ich hab die Spitze der Kirche erreicht. Sie sind fast hier. Ich warte am Shuttle. Okay. Cool. What? Alter, wie ich's hasse, Alter. Wie ich's hasse. Das haben die schon mal bei Dead Space 1 gemacht irgendwie, dass sie einfach von oben haben, einen rein ploppen. lassen. Und wenn du wirklich hier in so einen engen Raum kämpfen musst. Und denn nicht mal schnell die Taste findest, mit der du irgendwie die Kellen verteilst. Dann endet das tödlich. Ohne wenn und aber. Dann ist vorbei. Meins? Meins? Oh, yeah. Ah, die... Schon... Schon krass. Ihr macht die Sprawl. Also ich fand die Ishimura ja schon sehr beeindruckend gestaltet. Aber die Sprawl, die... Die ist auch krass. Schön. Der Detonator. Boah. Zup, zup. So. Schönes Büro. Auf jeden Fall. Schönes Eckbüro, wie's so schön heißt. Okay. Okay. Geht auch noch in die Richtung. Oh, Verrat. Natürlich sind sie das. Warum hab ich ihnen vertraut? Weil sie keine andere Wahl hatten. Ich sagte ihnen, es gäbe eine Heilung und sie kam hergerannt. Warum tun sie das? Warum lässt man mich nicht einfach in Ruhe, hä? Sie sind ein gefährliches Geheimnis. Earth God wird sie nicht in Ruhe lassen. Sie haben Angst, dass sie den Marker zerstören. Schließlich... Haben sie ihn ja gebaut. Wovon reden sie da? Naja, deshalb brachten wir sie her. Um Marker für uns zu bauen. Um die glorreiche Konvergenz auf die ganze Galaxis auszuweiten. Ihr seid echt unglaublich! Geben sie mir das Heilmittel und lassen sie mich gehen! Oh, wir wollen sie nicht heilen, Isaac. Wir brauchen ihr kostbares Köpfchen, genauso wie es jetzt ist. Würden sie Isaac jetzt zum Shuttle bringen und ihn in Staza versetzen? Er darf auf keinen Fall sterben. Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Nicht gut! Total uncool! Oh nein, Alter! Nicht schwer! Scheiß Prude! Nein, bitte nicht um den Kopf! Bitte nicht um den Kopf! Bitte nicht um den Kopf! Ohhhh. Okay, das wurde wohl nix, auf den kleinen schießen funktioniert auch nicht. Das ist jetzt mal die Frage, kann ich ihn, ja kann ich, das ist schon mal ganz gut. Und schon wieder Helikopter-Boy, oh shit, wie auch witzig, wie auch witzig. Was ist so... Nein, Mann, Alter! Oh, Kainer, was wir da, mate, Austin. Kainer. 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 Kainer.